sind die märkte in guter stimmung für eine fortsetzung nach oben ja oder nein ich habe bewusst mal die alte skizze hier drin gelassen dann können wir nämlich gleichzeitig ein bisschen manöverkritik hier üben nämlich am vorgehen wie macht man sowas und was passiert wenn es dann doch anders kommt oder wenn sich das ganze eben bestätigt wir wollen uns das ganze mal angucken hier der dax als index und da sehen wir das hatte ich gestern mal als zeichnung reingestellt in der hoffen hoffnung ist vielleicht ein starkes wort aber in der freudigen erwartung eines rücksetzers der immer noch nicht da ist also das kann sich auch noch ein bisschen ziehen also alles das was wir hier jetzt haben ein bisschen nach rechts eben versetzt aber dieser rücksetzer wäre sehr typisch und wir sehen hier vorne schon im 15 minuten chart dass wir heute seit mittags kann man sagen zumindest mal in diese richtung schon mal ein wenig tendieren also chancen dass es jetzt nun endlich nach unten geht und wir vielleicht sogar dieses szenario hier bekommen also ein rücksetzer ich sag mal ganz grob 13.900 13.800 13.700 in diese range rein würde mich nicht nur nicht wundern sondern wenn ich ehrlich bin würde mich das sogar freuen und das meine ich überhaupt nicht aus böswilligkeit für all diejenigen die jetzt bullisch unterwegs sind sondern das meine ich aus dem hintergedanken dass diese aufwärtsbewegung früher oder später mal eine korrektur braucht und wenn das eintritt gerne übrigens zum start der letzten welle was ja ebenfalls ungefähr hier wäre also 13.900 sollte uns nicht wirklich überraschen und wenn das ganze jetzt nicht in einer panikaktion ist also nicht so schön wäre jetzt sowas also so eine ganz schnelle bewegung runter wenn es in einer vielleicht dreiwellig oder mehrwelligen oder irgendwie korrektiven bewegung eben vollzogen wird dann hätten wir doch eine gute voraussetzung das war stark das wäre dann schwach und dann eben die fortsetzung nach oben also an dem bild hat sich eigentlich nichts geändert im kurzfristigen seht das wir können wir hier auf den future achten hier da seht ihr sind wir zumindest auf der abwärtsseite unterwegs ich muss allerdings sagen dass zumindest mal aus meiner beobachtung heraus ist eher korrektiv weil wir so viele gegenbewegungen haben die wieder überschneiden auch da wieder intern ich weiß nicht so richtig na gut lassen wir es mal so auf uns zukommen kann ja sein dass das hier eine pause ist in der ersten abwärtsbewegung und wir jetzt hier in der nächsten unterwegs sind erstmal zumindest spricht das ein bisschen für die short seite und das wird auch unterstützt durchaus von der amerikanischen seite hier der dow jones da habe ich jetzt gar nicht so viel zeichnung drin es geht um diesen anstieg den wir hier haben und auch dieser hätte es verdient früher oder später mal in irgendeiner form eine korrektur reinzukommen ich gehe mal hier auch auf den 15 minuten chart dass wir das hier ein bisschen deutlicher sehen also dass wir hier irgendwie noch mal zurückfallen würden ja wäre wenig sonderbar sondern wäre eigentlich ganz praktisch insbesondere da dieser teil der aufwärtsbewegung ja auch nicht der burner ist mehr schaut euch mal das hier an mit den vielen rücksetzern das ist alles da stellt man sich doch die frage so ihr habt jetzt wirklich bock auf kaufen viele denken immer dass man an den charts die zukunft ablesen kann interessanter hinweis dazu nee kann man natürlich nicht aber was man ablesen kann ist wie die marktstimmung ist das ist offensichtlich eine aufwärtsbewegung machen wir uns nichts vor es ist ein steigender markt und jetzt überlegt euch wie ihr die begeisterung der marktteilnehmer einschätzt mit so viel rücksetzern immer mit so einem flachen anstieg das ist keine begeisterung das heißt der markt hungert eigentlich danach nochmal nach unten zu gehen ob es dann wirklich hierhin geht denkbar oder nur hierhin geht sehr realistisch das werden wir dann noch sehen aber zumindest mal sind das alles keine einladung für jetzt massiv nochmal bullisch zu gehen also im kurzfristigen gucken wir gleich bei den anderen kollegen nochmal aber in diesem hier so 15 minuten chart ich muss ganz ehrlich sagen ich finde das nicht attraktiv um jetzt zu sagen boah ich kaufe jetzt sie sind sowas von hot die leute die sitzen auf dem geld und wissen nicht wo sie es hinschmeißen sollen naja hier wollen sie es offensichtlich gerade nicht loswerden das ist übrigens beim S&P auch nicht anders ihr seht das wir hatten hier schon mal angedeutet vielleicht geht es hier schon steil runter aber ihr seht ebenfalls dass anstelle von irgendwas korrektiven hier der markt steil nach oben gegangen ist also überhaupt gar keine chance hier sinnvoll irgendwie auf die shortseite zu wechseln ansonsten ist das bild hier allerdings natürlich sehr ähnlich wie das was wir beim dao gesehen haben also keine super kaufstimmung wenn ich das hintere teilstück mehr angucke hat man aber eher den eindruck naja also ob das jetzt die die super burner stimmung ist aber irgendwie ist alles was wir so nach oben bekommen auch nicht der klassiker eher nach unten also im moment sehen die chancen nach unten ganz gut aus wartet also auf kleinere oder größere rücksetzer ob ihr die im minuten chart sucht weil ihr hardcore unterwegs seid und intraday trading vor und zurück oder ob ihr sagt naja ganz so klein klein mag ich dann auch nicht aber solange ihr irgendwas was a b c mäßig habt wüsst ihr dass das eher die falsche richtung ist wenn das irgendwie so a b c ich habe ein bisschen übertrieben gezeichnet oder wie hier jetzt irgendwie wackelig in diese richtung geht stark in die wackelig in die dann könnt ihr das nutzen im 5 minuten chart auch im 15 minuten chart auch natürlich in großen charts aber wir gucken jetzt hier das intraday die intraday situation jetzt hier vorzüglich an also aktuell würde ich sagen die abwärts richtung ist immer noch die schickere schönere und so weiter aber nicht zwingend ewig weit behalten wir mal diesen bereich hier im blick wobei ich dazu sagen muss da das jetzt ja auch kein schöner 5 weller ist bin ich mir noch gar nicht so sicher ob es so aussehen wird denn das ist kein impuls es sieht eher aus wenn ich mir das angucke wie ein zigzag warum das denn naja hier vorne das ding dann ist hier wackelig und hier hinten das was wir mit den überlappungen also so ending mäßig haben ich würde mich also nicht mal wundern wenn er sagt aha diese zone ihr könnt mich alle mal vielleicht mache ich hier mal päuschen aber ich gehe noch mal runter also der burner für die long seite ist es aktuell nicht denkt dran aufwärts richtung auch wenn sie mal steiler sind vielleicht wartet ab bis der anfall vorbei ist hätte ich fast gesagt bis wir dann vielleicht wieder so ein trigger auf der unterseite kriegen um dann die short seite noch mal mitzunehmen also aber wichtig ist das mit der bestätigung viele nehmen jetzt aus dem video mit das ist alles so kompliziert er hat gesagt short also gehe ich jetzt short ja das ist nicht clever wartet auf irgendwie eine einladung ja dann geht ihr rein wenn er sowas eben triggert dann habt ihr bessere chancen das ganze eben mitzunehmen hier sehen wir nämlich zum beispiel etwas da ist der kurs ja gestern ich spule nochmal zurück auf gestern das sah ungefähr so aus und da habe ich gesagt mensch wenn er irgendwie sowas mal macht irgendwas korrektives dann lasst ihr euch short triggern wenn er da auf der unterseite ist so und jetzt könnt ihr sehen dass ich überhaupt gar keine recht ich lag völlig falsch naja eigentlich falsch formuliert aber das was ich angedeutet habe ist gar nicht passiert ja ist ja nicht schlimm weil es gab ja null chance hier short zu triggern im gegenteil das ist eher dann die überlegung ob man dann irgendwie vielleicht sogar nochmal long triggert das war mir nicht schön genug für einen long trigger weil ich hätte gerne a b c mit feilen in hochs und tiefs das hatten wir hier nicht aber ihr seht schon dass es wichtig ist nicht einfach zu sagen ach komm ich höre da nur mit halbem ohr hin und wenn er sagt ihr hat mal short erwähnt dann leer verkaufe ich jetzt ist nicht so clever achtet immer drauf kriegt ihr irgendwas dreiwelliges wird das getriggert sind das chancen sind das irgendwie dreiwellig triggert das sind das chancen und so weiter und so fort das habt ihr auf allen möglichen kleinen minuten chart gehen wir mal einmal auf minute nur dass wir mal sehen dass solche szenarien auch in den ganz kleinen kurzfristigen charts hier zu sehen sind das jetzt hier minute schaut euch diese aufwärtsbewegung vergleich die mit der abwärtsbewegung trigger fortsetzung vergleich dieses ding hier ja und es geht erst noch mal runter vergleich dieses ding hier und es geht vorläufig noch mal runter also das ist nichts was nur auf den langfristigen geht es geht auf minute es geht natürlich auch im monats und wochen charts aber das ist nichts für dieses video jetzt per se also abwärts scheint aktuell die richtige richtung zu sein beim nasdaq würde ich am ehesten aufgrund dieser vorgeschichte noch sagen behaltet mal dieses szenario noch im auge also noch würde ich hier hopfen malz nicht verloren geben das ist 12.150 oder range von 12.100 bis 12.200 so ganz grob wenn der kurs dahin geht eher vielleicht so die untere seite von dem was ich gerade gesagt habe mal die kiste ein bisschen in die länge ziehen wenn er da noch hinfällt würde ich hier sogar sagen geht noch aufwärts im sinne einer seitwärts korrektur die wir hier haben das ist hier zumindest mal schöner als bei den anderen lassen wir das mal im blick stehen aber auch hier seht ihr vorläufig sieht es nach der abwärts richtung aus so jetzt will ich nie noch pessimistischer reden euch jetzt erstmal alles gute liebe grüße und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal